Na, in die Ecke musst du auch. Bring dich gleich um die Ecke. Na, schaffst du nicht. Dann willst du mir deine Nase ins Gesicht rammen? Pff, nicht nur. Kannst irgendwas mal irgendwo reinrammen, ne? Ja, Hauptsache. Alter, ernsthaft, wie kommt man da hin? Ernsthaft, wie blöd bist du? Ja, sorry. Mongo, ey. Ich muss da irgendwie hoch. So, ja klar. Ich sollte auf der Straße bleiben, ne? Sollst du eigentlich mal schauen. Wenn du auf die Karte schaust, hilft es dir vielleicht ein bisschen was. Hab ich doch, du Bob. Also ich bin eins, zwei, ich nehme die drei hier in der Nähe gleich mit. Ja, ich nehme zwei in meiner Nähe mit. Ich fang mal an, ne? Nein. Du war das... Ja komm, scheiß drauf, hau einfach rein. Willst du mich verarschen? Kann ich nicht, aber... Alter... What the fuck? Ich habe keine Ahnung, wie ich zu den Drecksbriefkasten komme. Aber das sieht mir aus wie ein Eingang hier hinten. Alter, du lagst. Ich habe gerade lags gehabt. Das sieht mir nach einem Eingang aus. Ah wunderbar, muss man noch frei kämpfen. Wo ist denn der Uhr im Briefkast nach da oben? Oh, lol. Haha. Ja, ähm, voll geil. Aber da kommt man nicht rein. Muss, der kommt mal rein, da kannst du hinten rumlaufen. Ja, ich bin jetzt schon einmal oben drum gelaufen. Jag dich drüber, irgendwie kannst du wo oben rein jumpen. Nee, läuft nicht. Kannst du noch ein bisschen Zeit holen als meinen anderen. Vielleicht hier durch den Tunnel? Jaaa... Das sieht schon besser aus. Eingang gefunden. Okay, Eingang noch nicht gefunden. Okay, ich habe gleich den Nächsten. Oh, was ist das hier? Bringt auch nix. Oh, f*** dich, Polymon. Eine Granate hinterlassen als Gehörtschenk. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ich komme zu dir an Schau. Wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt. Ja, auch mal verfahren. Ich hole mir den einen Briefkasten da hinten, aber den, der weit weg ist. Ich habe kurz ein Auto gestrottet. Wunderbar. Du hast ein Catch-a-Ride daneben. Ja, ich habe ein Catch-a-Ride daneben. Ich habe einen gespawnt. Ich habe eins gespawnt bei mir. Ja, meins, als ich gerade gespawnt, als ich gerade drinnen saß. Ja, du musst eh zu mir kommen. Komm, spawn dich zum Auto. Ja, stimmt. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... BAM! Oh, Loll. Ah, fuck. Hätt du den rechts von dir echt auf den links. Bulli-Mongs sind schon hart aggro? Bulli-Mongs können nix. Ja. Da kommt man noch rein. Begebe mich auf eine höhere Position! Irgendwo. Ist ich da durch? Kann ich gar nicht, das laber ich. Sgt Loader? Ja komm, ey. Okay, da kommt man halt auch nicht durch. Kann man das sicher von oben reinfahren oder so ne Scheiße? Ich hab keine Ahnung. Den finde ich so draus. Wer ist drauf, kann das sein? Ich? Äh, nein. Eigentlich nicht. Oh, Briefkasten gefunden. Oh, ich hab einen Kingmon gefunden. Das hat sich so an wie ein Pokemon. Sieht doch so ähnlich aus. Ich bin ja daneben gezogen. Das könnte tatsächlich ein bisschen tricky werden da reinzukommen. Aha. Hm. Der Herr hatte selber endlich gepeilt. Hm. Aber erstmal rummeckern. Ja. Nur für Mongos schwierig da reinzukommen. Lol. Oh Mann. Ich kotze mich nicht an, Drecksbullimon, ey. Ernsthaft. Jetzt kraft der mich nicht von hinten an. Lol. Ich kann dir vorbeigefahren. Ja, bist du. Nimm mich mal mit. Komm schnell zurück. Ich hab mich grad selbst gekillt. Oh ja. Auf dem besten Wege, ne? Sag rein. Komm, komm, komm. Bin drin. Ich hab ne Granate geworfen. Ich hab meine Granate geworfen. Die hat den einen verfolgt. Der ist stark neben mir. Dann ist die Granate explodiert. Hab mich gekillt. So. Wir können nix. Hm. Wie kommt wieder rein? Warte, ich steck kurz aus. Warte, ich steck kurz aus. Der war ja mega easy, der Bettis Reparatur an Bord. Das ist jetzt n Scherz, oder? Julian. Was? Was? Beeil dich. Das nächste Mal werde ich sterben. Jetzt hätte ich irgendeinen Schalter oder sowas. Warte, oben auf der Rückseite ist ein Schalter. Einfach drauf zulaufen, ne? Was? Was? Hol mal das Fahrzeug rein, du Depp. Bist ein Scherz, oder? Soll ich fahren? Nein, nein, passt. Soll ich mir aber sagen, wo lang, ne? Einfach... Da hoch... Oh, zurück, 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 zurück. Zurück, du Kack-Noob. Ja, chill mal, alter. Jetzt hier runter. Da? Ja. Fast. Oh, Glück habt. Auf das Tor hier zu fahren. Loll. Ich stand vor dem Ding und ist nichts passiert. Weiß, du musst natürlich auch ich davor stehen, ne? Weil nur, ich hab die geilen, äh, den Titten-Bonus. Ja. Müff-Bonus. Wir können abhauen. Ja, lass die schon noch killen, also... Ungefähr so. Ja, ich werd eh verrecken. Da sind ein Gegner. Da hinten. Siehst du, ob sie da rumfliegen? Die heilen dich? Was für Dinger? Die... ... die da rumgeflogen sind, diese Heilungsdinger. Die kommt von meiner Granate. Merke dir, steh nicht vor nem Hotloader direkt nebendran, wenn du ihn killst. Tut weh. Ja, komm, schon wieder verreckt. Alter, ich guck gleich echt mal in meinen Statistiken, wie oft ich verreckt bin. Gibt's nicht, vielleicht. Zumindest hab ich noch nicht gesehen. Schade. Es fehlt halt echt, ne? Oh. Ich lerne es echt nie, oder? Nope. Bist doch dumm, Alter. Nope. 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 Dann helfen wir halt mal, ne? Kein Problem. Ah, jetzt schon. Geschieht dir. Jetzt noch mehr. Alter! Oh fuck, daneben gehauen. Oh, ernsthaft. Das heißt, ich will die alle killen, dann kommt ja. Sniper, 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 Sniper. Willst du dir dein No-Scope-Skill zeigen, oder was? Ne, das ist ein Quickscope. Sieht dann so aus, Nico. Hier dringend gibt's einen Schalter im Moment. Wenn du ausschalten kannst, dann geht unten das Ding auf die Truhe. Da ist ne Truhe. Unten ist wieder so ein Elektrozaun. Ach so. Willst du kurz die Karre nehmen und einmal außen rum fahren? Nein. Diesmal machst du's. Äh, ich will's ja machen. Ich muss nur wissen, wo der Schalter ist. Was ich für dich tun. Ja, dann geh in den Suchen. Ja, wenn ich außen stehe, dann komm ich zuerst in den Lootraum rein. Wenn du außen stehst, kommst du erst rein, weil ich muss hier hinten bleiben und drücken. WTF, wo ist denn das Ding? Du musst in dieser lila Schlucht rumfahren, wo du gerade eben drin warst, wenn du gegen die Bollymunks gekämpft hast. Und da ist irgendwann so eine Brücke und links unten ist die Kammer. Ist hier drin nix, oder wie? Ne, ne. Kann man da nicht irgendwie rein? Das finde ich schade. Hat der Müller jetzt mehr erwartet. So, jetzt sag mal. Das sehen wir deine Mutter buchst, man erwartet auch mehr, krieg weniger. Oh, lol, krieg nen Anruf ein. Dann, kleinen Moment, bis gleich. So, da sind wir wieder. Fertig mit Teflon. Genau. Telefonieren. Nico, jetzt komm raus und dann zeig... Ich hab nämlich gerade gefunden, wo Nico telefoniert hat. Dann hab ich gefunden, wie man das Ding aufmacht, den Cage, und da geht's anscheinend in ein neues Gebiet rein und so was. Und ich laufe, und ich laufe, und ich laufe, und ich laufe. Ich steig ein. Und es war ein bisschen interessant, wie man das Ding aufmacht. Ja. Okay, also dann fährt hier durch. Macht den noch kalt. So, da muss man ein bisschen, ähm... und ich bin noch runtergeschlagen. Fuck. Gegenüber bei dem Turm. Ja, ich bin auf der falschen Seite. Gegenüber bei dem Turm auf jeden Fall, da ist ein Schalter. Auf dem Turm. Gegenüber dem Turm, da ist ein Schalter, wo die Kabel hingehen, den muss man abschießen. Ah! Ich fahr runter, ich fahr runter. Stell dich hier hin, wo ich bin. So, da drüben, da drüben, da ist ein Kasten, da musst du hinschießen. Ja, den seh ich jetzt nicht. Äh, steig mein Auto ans Feld langsam runter. Dann, wenn du da hingeschossen hast, geht unten das Magnetfeld aus. Ah, Kasten. Ne, der Kasten, ne. Hä? Der da drüben! Der da!